Anton Tschechow aus den Notizen eines Jähzornigen Ich bin ein ernster Mensch und mein Gehirn hat eine Schwäche für das Philosophische. Von Beruf bin ich Finanzwissenschaftler. Ich studiere das Finanzrecht und schreibe eine Dissertation mit dem Titel Vergangenheit und Zukunft der Hundesteuer. Sie werden zugeben, dass ich keinen Sinn für Mädchen, Romanzen, den Mond und allerlei andere Dummheiten haben kann. Es ist morgen, 10 Uhr. Meine Maman gießt mir ein Glas Kaffee ein. Ich trinke den Kaffee und gehe auf den kleinen Balkon hinaus, um mich sogleich an meine Dissertation zu machen. Ich nehme ein leeres Blatt Papier, tauche die Feder ein und schreibe den Titel nieder. Vergangenheit und Zukunft der Hundesteuer Nach kurzem Nachdenken fahre ich fort. Geschichtlicher Überblick Nach gewissen Hinweisen bei Herodot und Xenophon zu urteilen, liegt der Ursprung der Hundesteuer. In diesem Augenblick höre ich jedoch höchst verdächtige Schritte. Ich blicke vom Balkon und sehe ein junges Mädchen mit langem Gesicht und langer Taille. Sie heißt, glaube ich, Nadenka oder Varenka, was übrigens absolut gleichgültig ist. Sie sucht etwas, sieht mich scheinbar nicht und summt vor sich hin. Denkst du noch an das Lied voller Zärtlichkeit? Ich überlege, was ich geschrieben habe und will fortfahren, aber das Mädchen tut, als bemerke es mich gerade und sagt mit trauriger Stimme, Guten Tag, Nikolai André, stellen Sie sich vor, was mir passiert ist. Da gehe ich gestern Abend spazieren und verliere doch eine Bärlocke von meinem Armband. Ich überlese noch einmal den Anfang meiner Dissertation, verbessere den Querstrich des Buchstaben Z und will fortfahren, doch das Mädchen lässt nicht locker. Nikolai André, sagt sie, seien Sie so lieb und begleiten mich nach Haus. Die Karelins haben einen so riesigen Hund, dass ich mich nicht allein an ihm vorbeitraue. Was soll man da machen? Ich lege also die Feder aus der Hand und gehe hinunter. Na, Denker oder Warenker hakt sich bei mir ein und wir streben gemeinsam ihrem Sommerhaus zu. Wenn mir die Pflicht zufällt, Arm in Arm mit einer Dame oder mit einem jungen Mädchen zu gehen, fühle ich mich stets als eine Art Haken, an den man einen schweren Pelz gehängt hat. Na, Denker oder Warenker aber, unter uns gesagt, eine leidenschaftliche Natur. Ihr Großvater war Armenier, besitzt die besondere Gabe, sich mit der ganzen Schwere ihres Körpers an ihren Arm zu hängen und sich sogleich einem Blutegel an ihrer Seite festzusaugen. Wir gehen also nebeneinander her. Als wir bei den Karelins vorbeikommen, sehe ich den großen Hund und werde an die Hundesteuer erinnert. Ich denke missgestimmt an die begonnene Arbeit und seufze. Worüber seufzen sie? fragt Na, Denker oder Warenker und seufzt mit. Ich muss hier einschalten, dass sich Na, Denker oder Warenker, jetzt erinnere ich mich, dass sie, glaube ich, Masenker heißt, aus irgendeinem Grund einbildet, ich sei in sie verliebt. Und sie betrachtet es als ein Gebot der Nächstenliebe, mich ständig mitfühlend anzublicken und meine Seelenwunde durch Zureden zu heilen. Hören Sie, sagt sie und bleibt stehen. Ich weiß, warum sie seufzen. Sie sind verliebt. Jawohl. Ich bitte sie aber im Namen unserer Freundschaft, mir zu glauben, das Mädchen, das sie lieben, ist von Hochachtung für sie erfüllt. Sie vermag ihre Liebe nicht mit der gleichen Münze zu entgelten. Was kann sie indessen dafür, wenn ihr Herz bereits lange einem anderen gehört? Masenkas Nase wird rot und schwillt an. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie erwartet offenbar eine Antwort von mir, aber glücklicherweise sind wir gerade angelangt. Auf der Terrasse sitzt Masenkas Maman, eine herzensgute, aber in Vorurteilen befangene Frau. Sie sieht das erregte Gesicht ihrer Tochter, heftet den Blick auf mich und seufzt, als wenn sie sagen wollte, ach, die Jugend, nicht mal ein bisschen verstellen können sie sich. Außer ihr sitzen einige bunte Mädchen und mein Landhausnachbar auf der Terrasse, ein verabschiedeter Offizier, der im letzten Krieg an der linken Schläfe und an der rechten Hüfte verwundet wurde. Der Unglückliche hat sich gleich mir zum Ziel gesetzt, sich in diesem Sommer einer literarischen Arbeit zu widmen. Er schreibt an seinen Memoiren einer Militärperson. Gleich mir macht er sich jeden Morgen an sein verdienstvolles Werk, doch kaum gelingt es ihm niederzuschreiben, ich bin geboren in... Er scheint unter seinem Balkon eine Varenka oder Masenka und belegt den versehrten Knecht Gottes mit Beschlag. Alles, was auf der Terrasse sitzt, liest irgendwelche albernen Beeren aus, die eingekocht werden sollen. Ich verbeuge mich und will gehen, aber die bunten Mädchen entreißen mir kreischend den Hut und verlangen, dass ich da bleibe. Ich setze mich. Man bringt mir einen Teller mit Beeren und eine Haarnadel und ich mache mich an die Arbeit. Die bunten Mädchen unterhalten sich über das Thema Männer. Der ist nett, der ist schön, aber unsympathisch, der ist hässlich, aber sympathisch. Der wäre nicht übel, wenn seine Nase nicht einem Fingerhut gliche und so weiter. Sie, Monsieur Nicolas, wendet sich Varenkas Mama an mich, sind nicht hübsch, aber sympathisch. Sie haben so was Gewissenhaftes im Gesicht. Im Übrigen, sie seufzt, ist beim Mann nicht die Schönheit das Ausschlaggebende, sondern der Verstand. Die Mädchen seufzen und senken den Blick. Auch sie sind der Ansicht, dass beim Mann das Ausschlaggebende nicht die Schönheit, sondern der Verstand ist. Ich schiele zum Spiegel hinüber, um festzustellen, inwieweit ich sympathisch bin. Ich sehe einen zottigen Kopf und einen zottigen Bart, den Schnurrbart, die braunen Haare auf den Wangen und Haare unter den Augen. Kurz, einen ganzen Wald, aus dem gleich einer Feuerwehrwarte meine solide Nase herausragt. Schön, in der Tat. Im Übrigen, Nicolas, werden sie sich dank ihren seelischen Eigenschaften durchsetzen, sagt Nadenkas Mama und seufzt wie zur Bekräftigung eines geheimen Gedankens. Nadenka leidet um mich. Zugleich aber bereitet ihr das Bewusstsein, dass jemand vor ihr sitzt, der verliebt in sie ist, offenbar das größte Vergnügen. Nachdem die Männer abgetan sind, unterhalten sich die Mädchen über die Liebe. Nach einem langen Hin und Her erhebt sich eine von ihnen und geht. Die Zurückgebliebenen ziehen über sie her und lassen kein gutes Haar an ihr. Alle finden sie dumm, unausstehlich und hässlich, finden, dass eine Schulterblattsitze nicht an der richtigen Stelle. Aber dann, Gott sei Dank, kommt endlich das Stubenmädchen. Von meiner Mama ausgeschickt, um mich zum Mittagessen zu holen. Jetzt kann ich die unangenehme Gesellschaft verlassen, nach Hause gehen und an meiner Dissertation weiterarbeiten. Ich stehe auf und will mich verabschieden. Varenkas Maman, Varenka selbst und die bunten Mädchen umringen mich und erklären, ich hätte nicht das geringste Recht dazu, da ich ihnen gestern mein Ehrenwort gegeben hätte, mit ihnen zum Mittag zu essen und nach dem Essen in den Wald Pilze suchen zu gehen. Ich verbeuge mich und setze mich wieder. Ich koche über vor Hass. Ich fühle noch einen Augenblick und ich kann mich für nichts mehr verbürgen und explodiere. Doch der Takt und die Furcht, gegen den guten Ton zu verstoßen, zwingen mich, den Damen zu gehorchen. Und ich gehorche. Wir setzen uns zu Tisch. Der versehrte Offizier, der infolge der Verwundung an der Schläfe eine Kontraktion der Kiefernmuskeln hat, kaut wie ein aufgehalftertes Pferd, das die Kandare im Maul hat. Ich rolle Brotkügelchen, denke an die Hundesteuer und bemühe mich zu schweigen, da ich meine jähzornige Natur kenne. Nadenka blickt mich mitfühlend an. Es gibt kalte Quasssuppe, Zunge mit grünen Erbsen, Brathuhn und Kompott. Ich habe keinen Appetit und esse nur aus Höflichkeit. Nach dem Mittagessen, als ich allein auf der Terrasse stehe und rauche, tritt Masenkas Mama auf mich zu, drückt mir die Hände und sagt atemlos, Sie dürfen aber nicht die Hoffnung verlieren, Nicola. Sie hat so ein weiches Herz. So ein weiches Herz. Wir gehen in den Wald, um Pilze zu sammeln. Varenka hängt an meinem Arm und saugt sich an meiner Seite fest. Ich leide unsäglich, aber ich trage es. Wir kommen in den Wald. Hören Sie, Monsieur Nicola, sagt Nadenka seufzend, warum sind Sie so traurig? Warum schweigen Sie? Merkwürdiges Mädchen, wovon soll ich denn mit ihr reden? Was haben wir denn gemein? Nein, so sagen Sie doch etwas, bitte. Ich suche nach etwas Populärem, für Sie Verständlichem. Nach kurzem Nachdenken sage ich, die Ausrottung der Wälder fügt Russland einen ungeheuren Schaden zu. Nicola, Varenka seufzt und ihre Nase rötet sich. Nicola, ich sehe, Sie weichen einem offenen Gespräch aus. Sie wollen mich mit Ihrem Schweigen wahrscheinlich strafen. Ihr Gefühl wird nicht erwidert und Sie wünschen, schweigend und einsam zu leiden. Das ist furchtbar, Nicola, sagt sie, greift hastig nach meiner Hand und ich sehe, wie ihre Nase langsam anschwillt. Was würden Sie sagen, wenn Ihnen das geliebte Mädchen ewige Freundschaft antrüge? Ich murmele etwas Zusammenhangloses vor mich hin, weil ich einfach nicht weiß, was ich hier antworten soll. Ich bitte Sie. Erstens liebe ich gar kein Mädchen und zweitens, was soll ich jetzt mit ewiger Freundschaft anfangen? Drittens bin ich sehr jezornig. Masenka oder Varenka bedeckt das Gesicht mit den Händen und sagt leise, als spreche sie zu sich selbst. Er schweigt. Offenbar verlangt ein Opfer von mir. Wie kann ich ihn aber lieben, wenn ich noch immer einen anderen liebe? Im Übrigen, ich werde darüber nachdenken. Gut, ich will darüber nachdenken. Ich werde all meine Seelenkräfte zusammennehmen und diesen Menschen vor Leid bewahren. Vielleicht um den Preis meines eigenen Glücks. Ich verstehe nicht das Geringste. Die reinste Kabbalistik. Wir gehen weiter und sammeln Pilze. Die ganze Zeit schweigen wir. Auf einer Denkers Gesicht malt sich ein seelischer Kampf. Man hört Hundegebell. Das erinnert mich an meine Dissertation und ich seufze laut. Zwischen den Stämmen der Bäume erblicke ich den versehrten Offizier. Der Ärmste schwankt in peinlicher Weise. Rechts hat er die verletzte Hüfte. Links hängt eines der bunten Mädchen an ihm. Sein Gesicht drückt Schicksalsergebenheit aus. Wir kehren aus dem Wald zum Sommerhaus zurück, um Tee zu trinken. Dann spielen wir Crocket und hören einem der bunten Mädchen zu, das uns ein Lied vorsingt. Nein, du liebst mich nicht. Nein, nein. Beim Wort Nein verzieht sie den Mund bis zu den Ohren. Charmant, stillen die übrigen Mädchen. Charmant. Es wird Abend. Ein widerlicher Mond kommt hinter den Büschen hervor. Die Luft ist still und es riecht unangenehm nach frischem Heu. Ich greife nach dem Hut und will gehen. Ich muss Ihnen etwas mitteilen, sagt mir Massenka vielsagend. Bitte bleiben Sie. Mir ahnt nichts Gutes, aber ich bleibe aus Höflichkeit. Massenka fasst mich unter und entführt mich durch eine Allee. Jetzt drückt bereits ihre ganze Gestalt den inneren Kampf aus. Sie ist blass, atmet schwer und hat offensichtlich die Absicht, mir den rechten Arm auszureißen. Was hat sie nur? Hören Sie, murmelt sie. Nein, nein, ich kann nicht. Nein. Sie will etwas sagen, schwankt aber noch. Doch dann sehe ich an ihrem Gesicht, dass sie sich entschlossen hat. Sie greift nach meiner Hand, ihre Augen funkeln und ihre Nase ist geschwollen. Sie sagt rasch, Nikolas, ich bin die Ihre. Lieben kann ich sie nicht, aber ich verspreche Ihnen Treue. Dann schmiegt sie sich an meine Brust, aber plötzlich fährt sie zurück. Es kommt jemand, flüstert sie. Lieb wohl. Ich bin morgen um elf in der Laube. Lieb wohl. Und sie entschwindet. Ohne das Mindeste zu begreifen, gehe ich mit qualvoll klopfendem Herzen nach Hause. Die Vergangenheit und Zukunft der Hundesteuer wartet auf mich, aber arbeiten kann ich nicht mehr. Ich rase. Man könnte geradezu sagen, ich bin furchtbar. Ich werde holzter Teufel nicht zulassen, dass man mich wie einen dummen Jungen behandelt. Ich bin jähzornig und Späße mit mir zu treiben ist gefährlich. Als das Stubenmädchen zu mir hereinkommt, um mich zum Abendessen zu rufen, schreie ich sie an. Hinaus mit Ihnen! Ein solcher Jähzorn verspricht nichts Gutes. Am Tag darauf morgens sommerfrischen Wetter, das heißt Temperatur unter Null, heftiger kalter Wind, Regen, schlammige Wege und Naftalingeruch. Meine Maman hat ihre warmen Mantillen aus der Truhe hervorgeholt. Ein schauderhafter Morgen und ausgerechnet am 7. August 1887 an dem Tag der Sonnenfinsternis. Es muss bemerkt werden, dass sich jeder von uns während einer Sonnenfinsternis, auch ohne Astronom zu sein, sehr nützlich machen kann. So kann jeder von uns erstens den Durchmesser der Sonne und des Mondes feststellen, zweitens die Sonnen-Corona aufzeichnen, drittens die Temperatur nachmessen, viertens die Tiere und Pflanzen im Augenblick der Sonnenfinsternis beobachten, fünftens seine eigenen Eindrücke aufschreiben und so weiter. Das alles ist so wichtig, dass ich die Vergangenheit und Zukunft der Hundesteuer vorerst beiseite lege und beschließe, die Sonnenfinsternis zu beobachten. Wir sind alle sehr früh aufgestanden. Ich habe die ganze bevorstehende Arbeit wie folgt aufgeteilt. Ich stelle den Durchmesser der Sonne und des Mondes fest. Der versehrte Offizier zeichnet die Corona auf, während Masenka und die bunten Mädchen alles andere übernehmen. Wir sind alle versammelt und warten. Wie kommt es zu einer Sonnenfinsternis? fragt Masenka. Ich entgegne. Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich der Mond auf der Ebene der Ekliptik umlaufend auf der Linie befindet, die das Sonnenzentrum mit dem Erdzentrum verbindet. Und was ist die Ekliptik? Ich erkläre es ihr. Masenka hört aufmerksam zu und erkundigt sich. Und kann man durch so ein angeräuchertes Glas die Linie sehen, die das Sonnenzentrum und das Erdzentrum verbindet? Ich entgegne ihr, diese Linie sei nur gedacht. Ja, wenn sie nur gedacht ist, wundert sich Varenka. Wie hat dann der Mond auf ihr Platz? Ich gebe ihr keine Antwort mehr. Ich fühle, wie bei dieser naiven Frage meine Leber anschwillt. Das alles ist Unsinn, sagt Varenkas Mama. Man kann nicht voraussehen, was kommt. Darüber hinaus sind sie nie oben am Himmel gewesen. Woher also wollen sie wissen, was mit dem Mond und mit der Sonne geschehen wird? Das sind Fantastereien. Doch dann verdeckte ein schwarzer Fleck die Sonne. Allgemeine Verwirrung. Kühe, Schafe und Pferde rasten mit hoch erhobenem Schwanz verängstigt über die Felder. Hunde heulten. Die Wanzen bildeten sich ein, es sei Nacht, kamen aus ihren Ritzen gekrochen und bissen die Schlafenden. Der Diakonus, der gerade Gurken von seinem Gemüsefeld nach Hause fuhr, sprang erschrocken vom Wagen und verbarg sich unter einer Brücke, während sein Pferd in einen fremden Hof fuhr, wo Schweine die Gurken fraßen. Ein Akzisebeamter, der nicht zu Hause, sondern bei einer Sommerfrischlerin übernachtet hatte, kam in Unterwäsche auf die Straße gelaufen, tauchte in der Menge unter und rief mit verzweifelter Stimme, Rette sich, wer kann! Viele Sommerfrischlerinnen, darunter auch Hübsche und Junge, stürzten vom Lärm aus dem Schlaf gerissen, unbeschut auf die Straßen. Überhaupt geschah allerlei, worüber ich lieber nicht sprechen möchte. Ach, wie schrecklich, kreischten die bunten Mädchen. Das ist entsetzlich! Madame, beobachten Sie, rief ich ihnen zu. Die Zeit ist kostbar. Ich selber versuchte in aller Eile, den Durchmessern von Mond und Sonne beizukommen. Mir fällt die Corona ein und meine Augen suchen den versehrten Offizier. Er steht da und tut gar nichts. Was ist denn nun, rufe ich ihm zu. Und die Corona? Er zuckt nur mit den Schultern und verweist mit dem Blick hilflos auf seine Hände. An seinen beiden Armen hängen bunte Mädchen. Sie drücken sich verängstigt an ihn und hindern ihn am Arbeiten. Ich nehme einen Bleistift und notiere die Zeit, genau nach Sekunden. Das ist wichtig. Ich halte auch die geografische Lage des Beobachtungspunktes fest. Auch das ist wichtig. Dann will ich die Durchmesser feststellen, aber in diesem Augenblick fasst mich Masenka bei der Hand und sagt, Vergessen Sie also nicht, heute Abend um elf. Ich ziehe meine Hand zurück und will mit jeder Sekunde geizend in den Beobachtungen fortfahren, aber Varenka hängt sich krampfhaft an meinen Armen und schmiegt sich an mich. Der Bleistift, die Gläser, die Zeichnungen fallen ins Gras. Das ist doch, weiß Gott, der Teufel die Höhe. Es wird endlich Zeit, dass dieses Mädchen begreift, wie jähzornig ich bin und dass, wenn mich der Jähzorn packt, ich rasend werde und ich mich für nichts verbürgen kann. Ich will fortfahren, aber die Sonnenfinsternis ist vorbei. Bis bald! Bis bald!